schönen guten abend leute na alles gut da ich würde sagen wir springen rein warum schwarz jetzt ja ein alien werbung lausstecke müssen wir mal helfen extrem leise gemacht ich glaube da geht auf jeden fall noch ein bisschen bis jetzt also das ist zeus wunsch stream du wärst dann die nummer drei dann springen wir mal rein checken mal die lautstärke nebenbei skandal brüder skrändel brüder g3 laboraufseher drei wirklich widerwärtige brüder die die skrändel labore leiten eine g3 einrichtung auf zephyr paradise die neue produktion produktion produktinnovation erforscht zum beispiel das klonen und züchten von empfindungsfähigen drogen auf geht's ich glaube ich glaube es ist doch sehr laut ne warte mal ich gehe mal auf minus 13 db sagt ihr mal ist das spiel zu laut oder zu leise zu leise bestimmt nicht müsste passen glaube ich so vom pegel her okay ach die moblitz wir sind wieder auf dem ersten planeten cool und ist doch so laut ne schau wir mal was geht doch so laut ah oh es war da oben war ne kiste Da auch. Na egal. Äh. Oh fuck. Hm. Da sind wir schon. Da sind wir doch schon. So. Da ist nichts. Drücke Tee um dein Eier. Ah ja stimmt genau. Damit ich weiß wo ich hin muss. Da muss ich hin. Ne das kann doch nicht sein. Gibt es denn eine Map? Naja. Äh. Wollte mich verkackt pupeln. Oh da lang. Da lang. Ah ja. Okay. So. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ah ich kann ja schweben mittlerweile. Stimmt. Ich glaube das ist zu laut oder? Der Ausschlagpegel geht immer recht hoch hier. Verstehe das nicht. So laut bin ich doch. Also ist das doch gar nicht. Okay machen wir mal so. Okay. Äh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ups. Okay dann doch da lang. Ah easy. Verwende Kuh mit Gas um Scheiben in die Heißwände zu schießen. Wer ist Gas? Ne der macht. Der verlangsamt. Ah ne das war. Das. Kommt machs weg. Ja. Ach. Oh ja. Stimmt. Das verwendet man als. Oh. Wow wow wow. Okay okay. Warte. Ich muss mal die Tastatur ein bisschen drehen. Als ich mit dem kleinen Finger an Steuerung drankomme. Okay. So. Tadam. Hey. We need some damn mic spray. We're gonna get you. Hey take that you do it all well motherfucker. Okay. 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 We've been reprogrammed by Dr. Chip. You know just in case you were wondering about the Lord here. Komm. Oh. Jawohl. Jawohl. Die Musik. Also ich habe ja gerade das Leben gerettet. Okay. Das sind Bienen. Das heißt ich muss da hoch. Dann machen wir hier. Ah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Die gehen sehr schnell kaputt die Dinger. Ich dachte ich erwähne es mal. Das Ding hängt nach. Ja. Okay. Uiuiui. Und jetzt. Und jetzt. Scheibenkleister. Das ist wieder die Scheißwaffe ne. Vieles besser. Okay. Oh. Ich bin auf der anderen Seite. Das ist cool. Das ist cool. Nice. Alla die Musik. Ich muss es mal leiser machen. Da wir es ja. Kloppt. Okay. So. Den Weg. Da unten habe ich doch eine Biene gesehen vorhin. Aber wo? Da. Wir haben eine andere Wave. No problem. Nein. Alla. Der ist stabil. Ja. Ich auch. Alles klar zu Hause, es macht's gut. Ja, auch wenn ich da jetzt durchkomme, ich muss erst mal gucken, wie ich da weiterkomme. Okay, warte mal. Okay. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Oh nein, schade. Spitalwerte verloren, kann man so sagen. So, was heißt von vorne? Oh ja. Ist ja gar nicht so weit. Warum kann ich da runter? Ist egal. Okay. Zack. Easy. Wollte ich das aufmachen? Kommt dir vielleicht komisch vor, dass deine Schwester mit einem Alien zusammen ist. Aber so ist das eben. Ja, mach doch. Ah. Äh. Geh da weg. Okay. Oh, ne Kiste. Okay, dann muss ich die Tür da öffnen. Man fragt sich nur wie. Vielleicht mit nem Knopf. Vielleicht doch nicht auf den Knopf. Aber vor allem, wie geht's dann weiter? Ich lebe das. Ich lebe das. Luglocks. Aha. Beyond the Stars 2. Nr. 1. Das Abenteuer beginnt. Der schüchterne, weisen Landarbeiter Sklub Hepta sieht zu, wie ein Raumschiff direkt in sein Tromkin-Beat stürzt. So ein Pech. Diese Tromkins waren fast erntereif. Aber ich frage mich, ob es den Piloten gut geht. Was auch immer du mir damit sagen möchtest, ich habe es vernommen. Ah ja, jetzt geht es hier weiter, okay. Wer sagt das? Kiste. Kürbenschuss. Ein Platsch vor, mit grünen Schleim zu schießen. Ja, okay. Machen wir. Ach, um mich dann zu katapultieren. Meinst du? Nee. Hätte aber sein können. Oh, hallo? Ah, nee, grüner Schleim war er hier, ne? Der hier. Jawoll. Ja, warte, 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 warte. Okay, okay. Verstehe. Oh, das ist die Kiste. Na egal. Oder? Na komm, pass auf. Oh, das reicht nicht. Okay, der Vorstoß geht nicht, wenn man das Jetpack benutzt. Was ist mit euch hier? Ah. Ja, sag er doch gleich. Dann kann ich ja mal eben zu der Kiste da hochjumpen. Nämlich genauso. So, heute. Einmal drin. Und los geht's. Tudum. Kehr damit. Warpkristalle. Du hast gerade einen Warpkristall gefunden. Diese wertvollen Edelsteine finden sich normalerweise innerhalb von Lugloksen und Warpblasen, in denen alle Gegner vernichtet wurden. Sie können bei Blorto in Blim City gegen Warpscheiben eingetauscht werden. Wer weiß schon, wohin sie dich warpen werden. Die Galaxie da draußen ist schließlich unendlich. Ja, das gab's am Anfang vom Spiel. Gab's das schon mal? Allerdings, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Komme ich da rüber? Meinst du? Pass auf. Oh, oh, oh. Ja. Bam. In your face. Hey. Hey. Okay, okay. Wo wollen wir lang? Alter. Da lang. We are proud to serve the G3. All right, Strindle Labs, dead ahead. Oh, wow, wow. Alter. Der Plan war zu springen. Hat nicht geklappt. Kommt auch her. Aus der Ferne kann ja jeder. Welcher? Welcher? Hallo? Die da? Na klar. Tudum. Der hat ja nur Schiss. Was machen die Dinger? Alarm nehme ich an. So. Können wir aber erstmal da oben ein bisschen gucken. Was er da Feines gibt. Nichts. Na dann. Mhm. Ja muss ja. Okay. Hierher? Nö. So. Das ist nichts wo man einschalten kann oder? Ich weiß es nicht. Irgendwo hinschießen? Nö. Da muss doch irgendwo was sein. Ist aber nicht. Was haben wir denn hier? Ist auch nichts ne? Nö. Okay. Hm. Hm. Da geht es auch nicht rein. Okay. 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 Guck mal da drin. Wie kommen wir denn durch diese Türen hier? Einfach reinlaufen. Helen. Hey. Ich war dein Freund. Das ist mein Job. Und ich bin nicht interessiert. Ich bin ein einfaches Moplet. Sie bezahlen mir, um ihnen zu erzählen, wenn die Intruder entsteht. Soll ich die Tür. Was ist das denn? Okay. Okay. Let's get nasty. Ja. Fahren, bitte. Oh. Oh, genau. Beim Eierkauf. Warte mal. Warte mal. Ich bin ehrlich. Ich will wirklich, dass ich meinen Globshot benutze. Warum? Warum? Warum soll ich da ein Globshot benutzen? Ja, sicher. So. Zufrieden, Junge? Nein. Head Charge. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Juhu. Ah. Easy. Sei ich. Oh, мир. Okay. Wir müssen v �estasen. Es gibt noch mehr von ihnen! kala See what kind of experiments they're doing here, yep Not so nice Mensch Mensch Und eine Menschin Okay Okay Dann haben wir mal hier so weit alles erkundet Oder war noch was Hier was? Ne Da drüben ist alles dicht Die Behälter haben wir schon Gehen wir mal Da oben gucken Hallo Die Knöpfe Ups Stimme gehört? Ne Ah doch So Wo müssen wir hin? Da lang Waffenlabor freigeschaltet Gehen wir mal hier Hallo Jonathan Es ist Dr. Gurgula Ich wurde gefragt, ob meine Erfahrungen auf der menschlichen Genie Es ist nur eine kleine Portion Und ich wundere, dass du sogar ablehensern kannst, was du schauen hast Aber ich habe gesagt, Garmantua, dass ich dir geholfen werde Und jetzt bitte nicht wieder zuhören Sohn einer Hündin Sohn einer Hündin Was machen die hier? Oh, das ist eine Waffe Kreature Oh, hey You look nice My name's Kreature The bad guys did experiments on me Fuck me up real bad In basically every way you can imagine Holy shit Am I glad to see another Catelyn alive in here Are there any others? Oh my god Yes, there's so many Oh, but Unless you've been alive Then no These fucking G3 bastards Kreature We're taking on the cartel You want it? Oh, no, no, no They take good care of me Holding me against My wheel Cutting me open Doing experiments on me Okay, you know what Say it out loud I think they might actually be bad I'm part of your team now Hell yeah Welcome aboard A creature That, 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 that's your name I guess so Oh, hey We're locked in But that's fine Don't freak out or anything I can give birth to a bunch of little freaks And they can disable the door lock It's fine Drücke Linke Maustaste Um eines der Creature-Kinder zu schleudern Und Schallkästen zu deaktivieren Ist das ein Schallkästen? Oh yeah That's one of my children They die fast Don't worry It's easy to Ah, beautiful Oh Look how one of my little fuckers Just saved us Being a dad Is the best feeling in the world Then a few seconds later When your mutant kid dies Because it has a microscopic lifespan That's Not so good of a feeling actually But I'm numb to it Fuck this shit Haha Cool Das ist ja geil Coole Waffe Also nun durch Rohre und kleine Räume zu schleudern Okay Erstmal Gucken was noch geht This is our best human-fergal hybrid specimen It may not be as cool as our subject in the weapons lab But it's still rather beautiful, isn't it? We call it a Furman Or maybe a Hergal We haven't decided yet Why am I telling you all this? You know, to be honest It's because you look cool and a little bit badass, to be frank That's good It's a good experiment that I think is actually just a dead human with a Fergal on top Who is the scientist here? Me or you? Okay Sonst noch hört? Na komm Dann machen wir erstmal diesen hier Cool Gatlian Grafting Center Ja komm, dann müssen wir doch erstmal hier gucken Ach, das ist wieder der Anfang Hier was zu looten? Ne Okay, okay, okay Oh, ja Okay Dann weiter Durch diesen Raum Da-dum Da-dum Hö? Da-dum Da-dum Was ist das? 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 Oh, are you going to kill me? Hey! What? My pleasure! Where are you? Which one's my squad leader? I have no idea what you do. How it's going to make Cronulla today? Offside! I'm a maternity maven. How's it going? Nice job! Fair warning, this room's pretty fucked up. See how they're fusing brain-dead Gatlians onto Mercs? Yeah, you see it, sorry. You and me, two freaks! Holy shit, you killed everyone. Sorry, I don't know if you consider yourself a freak, but I'm a freak. Oh, use one of my kids to fuck with that guy's mind. He'll go into a frenzy. Did I tell you they can do that? They can do that. Oh, oh, and if you keep piloting my kids on top of a guy, they can do mind-control shit. They can make a bad guy fight for us. Oh, shit! That mind-control thing doesn't last very long. Sorry about that. You keep yelling at my kids to make it last. Shitheads! They do not listen! Wow, they usually put me in an airtight crate whenever they take me outside. I really liked it. Oh, I can help you with that little hookbug hive. Shoot my little guys in there. Look at my little guy in there rustling up the hive. Isn't that cute? I'm so proud of him. Ah, it burns! Hey, hey, this is fun! Do you do this sort of stuff all the time, bounty hunter? Yo! When did you get so good? I think you like to play you, Kyle. I bet you I put for bite, huh? Come on, come on, we lost him. Let's fuck it up! Oh, great! There's more of them! Fuck me! Fuck me! Fuck me! Fuck me! I'm going to shove you right back up that bird canal! Oh! Oh, oh, you think I'm scared? Uh, guess what? I'm cool with being killed. Fuck the G3! Let's see how much you like talking shit when you're dead! Woo! That is some vagina value! You and me, we got this! Another wave? Are you kidding me? I'm going to be the old sexagenarian shag! Gee, another battle, another pile of dead, fucking dumb G3 bodies. Listen, Bounty Hunter, you want to maybe try using Klug's device to save those humans? Help us. Please. God, fuck the G3! Let's save these humans, you know? There we go! Save me! Oh my god, a politician who actually gives a shit! Be free, little humans! Uh, 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 be free! Be free, little humans! Uh, 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 be free! Get... How's it going for you? How's it going for you? And then you'll pop out! Ooh! Ooh! That's going for you! Oh hey Jonathan, I think we're gonna kill you I have no design to attack you, Bounty Hana Oh, wow, what was I doing attacking you? Oh, alright, guess what, buddy? No, play, nothing, really Oh, yeah, there he goes Well, we've tried Time to throw in the towel and let ourselves get captured, I guess We'll be right back It's nice to kill something guilt-free, you know I probably don't have to tell you But, you know, we can use this portal to head back to Blim You know, whenever we want But, uh, also find Trudgeon Forward Get ready to fight some local critters Die, you creepy crawly bastard How's it going? No oh My turn! Hey y'all! Did I ever tell you that you're literally my best friend? Ow, this hurts! Shit, shit, shit! Hurry and get out! What's going on? Hey, well, don't shoot the hookbug! That's probably somebody's pet! I'll just get out of here! Oh, what a fucking rip-off. Finally, dipshit, I've been itching to get back in the game. Warum dreht sich das nicht? Wo muss ich hinschießen? Ah, warte mal, die Schiene zeigt doch so. Aber da hab ich doch vorhin schon hingeschossen, schon mehrfach. Hm. Ich verstehe es nicht. Geht das vielleicht noch von der anderen Seite, muss ich irgendwie da rüber. Na, was haben wir denn hier? Einen alten Roboter. Und sonst geht's hier nicht weiter. Beziehungsweise ich könnte da was reinschießen. Ja, da geht's aber nicht mehr weiter. Hm. Hm. Die da hinten sind zu weit weg. Das nützt alles nix. So'n Scheiß. Ähm. Bop 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 bop. Ja. Hm. Näää. ich raff es nicht und da fliegen die noch nicht mehr so weit na das ist jetzt ein bisschen doof das bringt ja auch nichts da kommen wir wieder zurück in unsere bude brauche ich da vielleicht eine spezielle waffe die ich noch nicht habe um die dinger da zu bewegen kann ja auch sein man weiß es nicht man weiß es nicht ob es vielleicht doch reicht wenn ich sowas mache also ist bestimmt nicht gewollt hier aber wer weiß kommst du nicht rüber ja dann sind wir vielleicht zu früh hier das war am anfang auch schon so da muss man noch mal zurück und musste erst noch was anderes erreichen dann gehen wir mal zu den anderen dingern oh was guckst du denn da digger guter film naja auf jeden fall ne halt wir könnten ja auch kommen wir noch kommen noch raus ach ich finde das so geil die alten schauspieler ihn hier kennt man ich weiß noch nicht wie der heißt naja ja wir können raus da können wir nochmal in den shop gehen die waffen mal ein bisschen upgraden vielleicht bringt uns das ja was oh ich habe nur einen kristall und 28 brauche ich noch ja was jetzt lass mich so genau da hoch so wo waren denn die waffen upgrades ist zwar cool gemacht hier oh ein roller mit dem er fahren kann aber die frage ist halt auch ähm wie finde ich jetzt am einfachsten die dinge die ich benötige so ich glaube das sind waffen creature creature habe ich diese aufgeladene gadlian ovarien werden den geburtsprozess von kreatur äh creature beschleunigen und seine nachladezeit effektiv verkürzen eine geburt ist ein wunder und jetzt ist es noch mehr ein wunder gut ist nicht so wichtig im moment gebärmutterkammer mit einer zusätzlichen gebärmutterkammer kann creature mehr kinder gleichzeitig am leben erhalten jede gebärmutterkammer bedeutet ein weiteres kleines blaues kind das für dich an der front kämpft das ist auch creature das ist auch creature sweezy gib sweezy einen weiteren munitionsbeutel um mehr kristalle tragen zu können auf diese weise werden die kristalle nie aufhören feindliche schädel zu durchbohren das ist sweezy ne warum steht das da nicht ich glaube das ist sweezy nachladetrakt diese organtransplantation verkürzt sweezy's innere schusswege sodass sie vor dem nächsten schuss schneller nachladen kann gas alles der frosch diese verstärkung verbessert die vakuumfähigkeit von gas und lässt sich die schleimrüstung direkt von g3 gegnern absaugen du wirst sie nicht mehr zu dir ziehen aber du wirst ihre rüstung für dich stehlen und sie völlig wehrlos zurücklassen das ist gar nicht so schlecht 1500 piepen nachladetrakt nachladungspieligkeit finde ich jetzt nicht so schlimm munitionsbeutel ist klar scheibenblase stopft eine weitere scheibenblase in gas damit er schneller mehr scheiben erzeugen kann und sorge dich weniger um die abklingzeit und wie schmerzhaft es für ihn ist diese aus seinem körper zu schießen das finde ich gar nicht schlecht einpacken das ist der erste klumpen niere ein spaßiges neues organ für kenny mit dem er schneller schleim erzeugen kann so dass du mit weniger abklingzeit und schneller zu den klumpen schüssen zurückkehren kannst das hat nichts damit zu tun und interessiert dich wahrscheinlich nicht aber es hilft auch bei der prostatastimulation verstehe den feinden abzuprallen mit denen du in der luft jungler ist diese abprallenden schüsse können andere bösewichte in der nähe treffen und es nimmt kenny die fähigkeit etwas saures zu schmecken aber das ist für den kampf nicht relevant eier gummigeschosse fliegt nach spaß so nachladetrakt fernzündermod mit dieser ferngesteuerten verstärkung kannst du suises kristalle per nachladen aus der ferne zur detonation zu bringen sobald sie in ein ziel eingebracht sind nimm mal mit also eine waffe fehlt wohl ne vier regale vier waffen passt doch so das war chronoleber postpartale psychesteigerungen diese fügt dem abgefuckten gehirn von creature ein paar falten hinzu um seine psychische verbindung zu seinen schergen kindern zu verstärken auf diese weise können sie etwas schneller zu gedanken kontrollierenden feinden zurückkehren oh bringen gesundheit das ist gut jo don't buy anything else ok gut haben wir die ein bisschen aufgerüstet da mal ein paar klamotten ja hellig ok was soll man hier getterell fach willst du mehr getterell besitzen komm schon du weißt dass diese gut ganz hungrig sind und sie liegen in deiner verantwortung naja kinetischer tank angenommen du möchtest deinen jack oh etwas höher fliegen lassen kannst du das ja du kannst das ganz einfach tun indem du einfach weitere kinetische tanks hinzufügst cool kann ich mir sogar noch leisten einpacken vielleicht können wir dann darüber springen ok oh ja das geht schon ein stück weiter da oben ist eine kiste ich dachte ich hätte jemand gehört wo geht es denn da hin einfach runter ok das war genau gut dann gehen wir nochmal zurück ja du hast ja gar nichts was was war denn hier ah noch nichts das kommt noch wo geht es da hin wie läuft das geschäft seien wir aus als ob wir mitkommen wollten du verkaufst alien sperma wohnen wir mal mit ja wohnen wir haben es über und wir nehmen etwas alien come wow look at you you want some alien come i'm so glad you're interested look you caught me on a good day i'm doing a promo one time off a free alien come take some on the house and if you like it just come back and get some more just tell all your friends about me say stan has the absolute best alien come i've ever seen tasted touched whatever i'm not sure if it's his or if he's getting it from some other alien but i'm just such a huge fan of his work and what he's doing out there on the streets of flame city selling alien come to the community say all of that ja ne kiste sieben von fünfzehn kisten was ist mit dir hey hey uh i know i look like i'm one of those g3 guys but i am not in the g3 i'm like one of the few people of my species who did not join the g3 i'm we call ourselves mercoloids or mercolids or what i can't literally can't remember the name of our species but that's fine it's not important we're literally cannon fodder that's kind of what our species is everyone gets pressured into to joining the g3 and then they get killed it sucks and i don't want to be one of those one of those dead cannon fodder types i want to live my life i'm not gonna be peer pressured into joining a criminal organization no way i'm gonna go hang out here in blimp city but guess what people are a little racist towards me because of all the other people in my species are working for an evil organization so now i gotta deal with discrimination if you can believe it that sucks it's not fun discrimination's not good you heard here first folks Jo Sehen wir dann Okay Sonst ist hier aber Nichts zu holen Da geht's hoch Vermutlich Zum laden wieder ne Ja Ja Da ist der Laden Okay Dann haben wir Die Ecke auch mal Erforscht If you touch me again I'll flip out Peek Watch my nipples They're sensitive Hehehe Oh Touch me again Touch me again I need it Hehehe Ouch I'm fragile I had hernia surgery Don't touch me Das war hoch Okay Alles klar Dann gehen wir mal zurück Und versuchen mal Vielleicht kommen wir jetzt in die Klonen Jetzt können wir ein bisschen weiterspringen Ja Ja Oh Hallo Komm doch nicht rein Alter wie sieht's denn hier aus Das sieht doch jeder Mission schlimmer aus hier drin Ah das war der Film von vorhin Tommy and the T-Rex Paul Walker spielt der auch mit Hihi Platt Harvest Okay Warum komme ich hier nicht weiter Ja Ich will da rein Starte das Ding Da Dschungel lichter Da Dschungel lichter Ah Ich glaube da bin ich richtig Oder Aber Sowas von richtig Okay Okay Jetzt sind ja schon zwei Okay 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 Achtung Das wir doch im Leben nix Warum ist denn das jetzt Umgeklappt Das muss ich es nicht verstehen oder Naja egal Schieße mal da ins rein Da ins rein Wo müssen wir denn hin Verdammte Axt Ach guck mal Einfach mal da hoch Oh Oh Warum hat er Warum hat er Knopf nicht funktioniert Egal Ich bin drüben Oh Oh Und was ist das Ach Die Geschichte Ja komm spring Dös paddel Oh So ist es Komm ich doch auch hoch Aha Sehr gut Okay Oh ne falsche Den wollte ich Oh Oh Dein Du dumm Oh 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 Huch nicht mehr kristall wichtig und richtig okay sonst irgendetwas zu holen hier da auch nicht beziehungsweise die können wir noch mitnehmen oh ja lauf ich weiß nicht, aber ich kann euch hier helfen das ist angela skrindle willst du ihn töten? holy shit ist das eine andere skrindle? sie sind weg nur sie waren alle diese Woche hey, ich bin bereit zu geben wenn immer zu easy oh shit, this one looks a lot tougher wer will mich mit so irgendwas zu looten vermutlich nicht noch jemanden wunsch da geht es um rein da kommt immer mal dahin sowohl doch gar nicht so springen ein mensch noch mehr menschen maniac menschen ein Aal Toffelino bis er noch da ja, das Glas geht hier auf verschwinden die Bus oh, noch mehr naja Angela Scrandle der dritte Gegner ok noch ne Tür, warte, ah, hier ist noch ne Tür Alien Porn da hier der verpixelte Magazine ist so geil dieses kleine Detail so, die Viecher kriegt aber nicht rein ne muss ich erstmal hier oder kaputt auch wieder Pornomagazine boah, wie krieg ich das denn auf so, warte mal die sind so verboten ah, guck mal hier kann ich auch entschießen ja, dann ist das ja kein Problem so dann hier jawoll jawoll ich dachte oh ich dachte oh in den Hinterkopf ok einer der lieb ist er macht pause ja gut ein gegner der pause macht gut scheibenblase stopft eine weitere scheiben die geschichte diese verstärkung macht creature ein wenig lockerer mit einem voll aufgeladenen schuss kann er bis zu drei seiner kleinen helfer gleichzeitig verschießen nicht bezahlbar nicht bezahlbar ja das nehmen wir noch weniger abklingzeit ist wichtig wenn man irgendwo klettern muss hier noch mal hier waren wir noch nicht da geht es nur runter dann zu davon sind wir reingekommen hier oder muss ich jetzt so schnell kiste beyond the stars 2 nummer 4 dreier vom planeten hölle das bild schon dazu der kleine grüne kobold völlig fertig der arme kerl ich werde nicht mehr sauber jesse captains club freunden sich an um sich gegen eine eine der gefräßigen reißzahnbestien des planeten hölle zu verbünden und du bist gar nicht so schlecht kleiner vielleicht schließe ich mich dir an okay verstehe hoch und töten ich bin wöhr wöhr es voll blatt 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 von Okay, kann ich jetzt da hinterher? Nein! Jetzt? Oh, zu. Oh! Oh! So eine Shotgun ist immer so langsam, ne? Oh! 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 also ich glaube nicht dass ich mich hier runterfallen lassen muss um dann von der seite durch das fenster zu schießen dieses da weil da ist ein gitter davor da bringt mir nichts ich muss so ein fehler irgendwie da rein kriegen aber wie sonst kann ich das nämlich nicht drehen und kann mich nicht darüber katapultieren ich könnte höchstens mal versuchen das kann ich mal versuchen so nicht es sei denn vielleicht mit noch mehr anlauf deswegen hängt noch aber noch eins ok 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 vielleicht man probieren kann man so mal zurück das zu da ist zu das bringt noch nichts was ist denn hier nichts so einfach mal gucken ob hier irgendwas ist boah das ist ja fies das ist ja echt fies warum sehe ich da nichts mal damit werde ich da hoch geschossen bringt mir das was höher geht es einfach nicht oh gott okay so wenn ich mich da hoch schießen das ist doch schade hier so eins rein schießen bringt auch nichts ach guck mal hier alter bin ich doof und genau drei punkte wurf gemacht quasi naja ok komm hier lang so halt das ausreicht hoppla sorry für den tinnitus ok 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 warum ich habe doch gedrückt halt hängt das ding noch das hängt noch ich mache mal noch ein stück tiefer ja 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 da seid ihr bescheuert aber ja wollte ich gar nicht so wenn ich das schießt das bleibt ja aber nicht so lange doch schon okay zu sein okay jetzt ist das ding wieder weg getroffen ok geht doch mona screndel war das gut okay brotron ich habe dich gleich habe ich dich Alter Alter Wow Wohoho Was geht? Oh Gott, Alter Oh Oh, cool Oh Okay Ah Was haben wir denn da? Ich weiß es nicht So nicht Ja, hole die DNA zurück Aber Ah Hm, das habe ich nicht gesehen, das F Oh, Biologie alliäne Es ist immer Es ist einfach Es ist einfach Es ist einfach Es ist einfach Wie Es ist einfach Du siehst Jetzt zurück in die letzte Kehre nach Hause zurück. Und ich möchte euch wissen, wie du es gemacht hast, für dich selbst gemacht hast. Du warst in Heaven, bevor du mit dem G3 geredet hast. Keep talking, shithead. Bounty Hunter. Ich habe die zwei wichtigste Leute in dein Leben. Und ich werde sie töten. Oh, aber nicht sofort. Erstens, ich werde sie etwas Miserable machen. Sie werden so schwer, wie du mich verletzt hast. Fuck you! Ich werde dich nicht aufhören. Ich warte, du hörst. Ich möchte euch nur sagen, dass ich sicher werde, dass du sterben. Und dass es sehr schmerzt wird. A lot! Außerdem, du wirst nicht mehr auf meine neue Base auf der Erde ohne die richtige Begründungen. Also, sitz fest, bis ich dich zu töten. Ich werde dich selbst machen. Ich werde dich selbst machen. Ich werde dich selbst machen. Das ging gut, Dipschit. Du bist gut an das. Wir holen es nach Hause, für einen guter Begründung. Ah ja. Das. Oh. 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 Oh, ne! Oh, du hast die Skrendel-Gebröder-Begründung und Freitas wieder verbraden. Danke, danke. Dankeuu. Die demotivierten Bären. Alle anderen ist zu traumatisiert, um zu reden zu reden. Entschuldigung, wir bleiben immer wieder und wieder wieder. Es ist viel zu tun. Ich bin immer noch so zu reden, weil ich die meisten zu reden bin. Ich bin jetzt nur ein bisschen schrecklich. Das bedeutet nichts mehr für mich. Gut, du bist wirklich auf Feuer, nicht? Obwohl du nicht so gut wie ich bin, wie ich bin, aber hey! Ich bin gloppy genug, um zu sagen, dass du ziemlich gut machst. Du bist auf die Bounty. Ja, Maurice.